Jungen Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und es startet mit einer Toilette. Das ist ein bisschen komisch, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich dachte mir, meine Güte, jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, kann ich dann da auch mal mit ein bisschen was Schräges anfangen. Nein, wir sind in einem neuen Spiel, das nichts mit Autorennen zu tun hat. Wir sind in Satisfactory und ihr werdet mich jetzt wundern, Moment mal, er hatte doch jetzt erst gerade gesagt, er will jetzt noch Autorennen machen und jetzt kommt er doch wieder damit, ja, stimmt, Autorennen werden noch weiterhin der Fokus dieses Channels sein, aber ich finde, Factory Games sind für mich eine wunderbare Möglichkeit abzuschalten und Satisfactory hat mich tatsächlich so ein bisschen dann auch gecatcht über die Feiertage. Und für alle diejenigen, die schon ein bisschen länger bei dem Kanal mit dabei sind, wissen immer dann, wenn es irgendwie um solche Organisationsgeschichten ging, bin ich ja immer dann zu Hochform aufgelaufen. So, Fakt ist, wir sind auf dem Planeten gelandet, ich habe das ganze Intro einmal übersprungen und habe den Hub schon aufgebaut. Der Hub ist die zentrale Struktur, von der aus erstmal grundsätzlich alles weitere ausgeht und ich bin in der nordwestlichen Wüste, also ich habe den zweiten Startpunkt genommen und das hat mehrere Gründe. Erstens mal, viel Ressourcen, schnell da, viel Platz. Ich verstehe nicht, warum man den ersten Platz so vorschlägt, den als erstes zu nehmen. Ich finde den hier viel besser, tatsächlich. Aber hey, das muss jeder für sich selber herausfinden. Wir starten hier und ich habe mir natürlich überlegt, wie machen wir das Ganze? Es gibt tolle Let's Plays von Leuten, die wirklich anfangen, dort in einer Art Kreativmodus überbordende Geschichten zu bauen und das ist wahnsinnig spektakulär, kann man nicht anders sagen. Aber ich sage mir, sollst du das jetzt reproduzieren, nur in Deutsch und so und das ist dann noch langweilig irgendwie, macht keinen Sinn, finde ich zumindest. Deswegen habe ich mir gesagt, wir machen das halt eben so, wie wir auf diesem Kanal am besten gefahren sind. Wir machen das schön. Wir machen es nicht gigantisch, sondern wir machen es schön und dabei vielleicht auch sogar noch effizient. Gucken wir mal. Also, was habt ihr verpasst? Wie gesagt, das ganze Intro, ich habe es übersprungen, ich bin da gleich reingeschlüpft. Ich habe da jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wer sich das auch selber antun will, kann das gerne machen. Ich finde es halt eben, für mich hat es sich abgenudelt und ausgelutscht und ich bin vom Startpunkt hierher gelaufen. Das war vom Startpunkt aus einfach nur noch Westen. Jetzt zieht ihr euren Ressourcenscanner raus, sucht nach Eisenherz und dann findet ihr hier gleich diese drei Quellen und da wollen wir dann einfach mal mit anfangen. Es ist immer ganz gut, sich über den Hub dann über das Terminal die jeweiligen nächsten Geschichten zu holen. Ihr seht es, die Stufe 0 ist hier einmal komplett durch. Aber wir starten jetzt mit Basisbau 1 und dafür müssen wir folgende Geschichten bereitstellen. Wir brauchen 200 Zement, 100 Platten und 60 Stäbe. Ich werde im ersten Lauf jetzt erstmal nur, nennen wir es einfach mal, schmutzig arbeiten. Das hat einen ganz einfachen Grund. Mir fehlen noch wesentliche Geschichten, die ich brauche, um das Ganze wirklich dann auch schön zu machen. Schön machen zu wollen. So, um da jetzt erstmal ranzukommen, die drei, ich habe die Mission gar nicht ausgewählt, dass wir sie auch immer schön im Auge haben. So, ähm, brauchen wir jetzt 100 Platten und 100 Stäbe. Das ist erstmal noch nichts groß, was wir in irgendeiner Art und Weise, ähm, äh, ja, was uns wehtun würde. Ich nehme jetzt hier einfach mal von den Quellen das Eisenerz runter, dass sie jetzt hält. Das ist auch dummerweise gerade Nacht, aber das ist nicht so schlimm, in den meisten Fällen jedenfalls. So. Und die dritte ist, wo ist sie denn? Da. Zack, so. Und schon haben wir hier drei Eisenerzquellen zur Verfügung. Bei Satisfactory geht es in erster Linie, wie der Name das Ganze schon andeutet, um eine Fabrik. Wir wollen also eine Fabrik bauen. Und diese Fabrik soll natürlich hochautomatisiert werden, ist ja klar. Aber momentan können wir ausschließlich mit diesen Minern arbeiten, die für uns jetzt hier anfangen werden, Erz zu schürfen. Ich habe noch zwei weitere davon und die werden wir jetzt woanders hinbringen. Hier haben wir zwei Quellen Kalksteinen. Die müsste ich eigentlich auch soweit schon vorbereitet haben, dass die ersten Gegner uns da nicht mehr wehtun. Beziehungsweise wir damit aufgehalten werden. Wobei ich halt nicht sicher bin, dem so ist. Ah, siehst du. Ne, habe ich nämlich doch nicht. Warte, nochmal. Da war das doch die Quelle dort. Weil erstmal brauchen wir sowieso nur eine. Ich versuche jetzt, zumindest zum Anfang erstmal Feindesbegegnungen in irgendeiner Art und Weise zu vermeiden. Weil das, ähm, da habe ich jetzt nicht so richtig Lust. So, nochmal gucken gehen. Jajaja, das war die Quelle. Genau, genau, genau. Genau, genau, genau. Die hier, die hier hinten. Richtig, super. So, weil, ähm, jetzt zu Anfang ist natürlich das Hauptproblem. Es ist noch nichts da. Du brauchst für alles irgendwie manuelle Arbeit. Ähm, müssen mal gucken, wie weit wir in die jeweils einzelnen Themen dann reingehen. Aber, ich glaube nicht zu tief, beziehungsweise, ähm, alles was so vorbereitend ist, werde ich, ähm, dann mit, äh, offline Arbeit soweit schon mal vorbereiten, sobald wir es hier einmal gesehen haben. So eigentlich das übliche Prinzip, dass es immer ganz gut gelaufen ist. So, aber... So, jetzt können wir hier schon eine schöne, schöne Fabrik draufsetzen, dann als nächstes. Ähm, da wir aber noch keine haben. Schmeiße ich auch hier jetzt den Miner drauf. So, und ihr tut jetzt erstmal eure Arbeit und wir lassen euch hier erstmal liegen. So, ich werde so ein bisschen hier Äste und Blätter mitnehmen. Ähm, das ist eine der ersten Aufgaben, die wir auf jeden Fall auch deutlich automatisieren müssen. Denn, ähm, ich sag's euch ganz ehrlich, äh, die erste Energiestufe ist Pain in the Ass. Also was heißt Pain in the Ass? Es gibt auch Schlimmeres, aber... Ähm, es macht halt keinen Spaß auf Dauer. So, wir werden halt zuerst mit Biomasse arbeiten, weil es schnell verfügbar ist, wie ihr sehen könnt. Aber es ist halt eben ein Rohstoff, der nur sehr langsam nachwächst. Ähm, das sollte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass die Rohstoffe oder die hier aus dem Minen gewonnenen Rohstoffe unendlich sind. Da haben wir erstmal grundsätzlich kein Problem mit. So, wo ist denn der Hub? Da ist der Hub. So, da wollen wir mal beikommen. Mal Bestrahlze einsammeln. So. Wunderbar. Da wollen wir jetzt hier mal beikommen und die ersten Sachen bauen. Und zwar, zuerst wollen wir was für die Logistik tun. Wir haben hier einen Container. Bei Satisfactory ist es so, es gibt bei den meisten Geschichten einen Ingress und einen Egress Port. Also etwas, wo Sachen hineingehen und wieder herauskommen. Da das der Anfang unserer Automatisierungsstrecke sein soll, würde ich an dieser Stelle jetzt erstmal grundsätzlich gar nicht weiter darauf eingehen. Dann brauchen wir einen Förderband. Wir wollen den ganzen Kramp ja irgendwann mal halt eben irgendwo transportieren. Und was ich hier habe, das nennt sich Konstruktor. Der baut uns erstmal alle grundsätzlichen Geschichten. Wenn ich jetzt Alt gedrückt halte, besser gesagt nicht Alt, sondern Steuerung, dann richtet er das Ganze an in der Nähe befindlichen Ports dann dementsprechend aus. Ihr könnt es hier auch sehen, die Richtung der Pfeile so ein bisschen beachten. Und schon geht es nach vorn. Das Ganze hier einmal miteinander verbinden. Und schon tut sich da was. Und wenn wir halt eben entsprechend fertig sind, muss das Ganze ja irgendwie gelagert werden. Nicht wahr? Total super. So, hier oben könnt ihr jetzt sehen, das ist der Indikator, in welchem Zustand diese Fabrik ist. Sie sollte grün sein oder maximal gelb. Weil gelb bedeutet, ich soll irgendetwas tun, kann es aber nicht tun. Entweder, weil ich was nicht abliefern kann oder weil ich nicht genug Input habe oder ich habe keinen Strom. So, Strom können wir erstmal hier von diesen lustigen kleinen Biomassebrennern, die wir hier haben, ziehen. Die verbinden wir jetzt. Und jetzt können wir anfangen, Rohstoffe zu verfeuern. Ich habe ja ein bisschen Äste und Blätter gesammelt. Die könnten wir theoretisch sofort an dieser Stelle benutzen. Macht aber relativ wenig Sinn, weil der Brennwert nicht so hoch ist. Also verwandeln wir sie erstmal in Biomasse. Und diese Biomasse stecken wir hier jetzt rein. Und schon geht's los. Das ist eine ganz wichtige Geschichte hier in der Mitte. Wir haben halt eben eine Produktion, wir haben einen Konsum, wir haben eine Kapazität und den maximalen Konsum. Ihr könnt hier sehen, wir haben relativ wenig hier, was hier abgerufen wird. Das verstehe ich nicht. Klar, weil noch kein Rezept ausgewählt wurde. So, jetzt müsste hier entsprechend sich was tun. Lass mal gucken. Genau, ihr seht's, wir produzieren 20 Megawatt. Davon werden vier konsumiert. Und hier werden sechs Biomasse die Minute, ihr seht das, werden hier schon von weggezogen. So, und hier ist mein Holz. Ihr seht das, das rutscht da rein. Wir brauchen 60 pro Minute. Das schafft das Förderband. Und aus vier Holz baut das Ding 20 Biomasse. Damit sollten wir erstmal relativ zügig eine Grundproduktion haben, die uns dann weiterhilft. So, das zum ersten Teil des ganzen Spaßes. Jetzt gehen wir wieder zu unseren Eisenköln zurück. Ja, verschwinde. Wo ist denn der... Wo ist denn da, ist der Portabel. Ich wollte schon eben gerade sagen. Irgendwo müssen unsere Portable Miner sein. So, komm her. Öffnen wir das Ganze mal und nehmen mal das gesamte Erz da raus. So, wunderbar. Das ist doch prima. So, ich kann hier das Rezept schon auswählen. Im Hintergrund läuft es weiter. Ihr könnt es hier sehen. Hier oben sind die beiden Gegenstände, die wir für den nächsten Schritt halt eben liefern sollen. Wir brauchen an dieser Stelle Eisenplatten, die aus Eisenbarren gewonnen werden. Und aus Eisenbarren macht man ebenfalls Eisenstangen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Erz nehmen, das wir hier haben und stopfen das gleich da rein und haben dann auch ein vernünftiges Outcome. So, das Ding ist, der produziert hier immer, die Produktion geht nicht so wirklich nach oben, ist immer relativ, relativ klein. Das ist ja spannend. Macht ja nichts, ist ja in Ordnung. Also, es ist natürlich gut, wenn es nicht zu viel an dieser Stelle dann verklappt. So, wir haben alles fertig hier. Jetzt ist hier noch ein bisschen Holz. Warum? Ach so. Komm nicht schnell genug mit dem Abtransport ran. So. Du das da mal rein. Und diese Biomasse können wir dann hier nochmal... Wo ist er? Dann... Ist er blind? Ich dachte, ich habe die mitgenommen. Anscheinlich. So, jetzt haben wir da wieder 200 Biomasse drin. Jetzt hält das erstmal einen Augenblick und ich lege die einfach mal hier ab. So, ähm... Hier ist jetzt alles rausgelaufen. Das ist wunderbar. Deswegen können wir jetzt beikommen. Tun jetzt mal das Erz da rein. Das rollt jetzt hier an. Ihr seht das. Nehmen wir nochmal das letzte Holz. Zack, raus mit dir. Und damit können wir keine Biomasse machen, sondern wir werden jetzt... Ähm... Einen Schritt machen, den ich jetzt gnadenlos übersprungen habe. Zack. So, weil das ist letzten Endes die Produktion. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben, ähm... Um das Ganze zu bauen... Ich nehme das hier jetzt mal die Eisenplatten. Das ist ja jetzt der erste Schritt. So, wir brauchen 30 Eisenbarren die Minute, damit wir 20 Platten da rausbekommen. Dafür haben wir aber jetzt noch keine Eisenbarren. Diese Eisenbarren müssen wir erstmal schamelzen. So, und dazu bauen wir diesen Schmelzofen hier hin. Zack. Der auch einen Eingang, einen Ausgang hat. Ähm... Man muss diese Container zwischendrin nicht einbauen. Ich persönlich mag das sehr gerne. Das hat einen ganz einfachen Grund. Nämlich, wenn ich etwas... Na, komm schon. Wenn ich etwas hasse, dann sind das volle Taschen. Und Verschwendung. Das Ding ist, dass wenn ich diese Puffer hier einbaue, kann ich an den einzelnen Schritten immer wieder beikommen. Und, ähm... Warte mal, den nehmen wir mal gerade mal weg. So, bauen hier einen Strommast hin. So, ähm... Dann habe ich halt eben den wunderbaren Vorteil, dass ich in diese Puffer immer wieder Gegenstände einschmeißen kann, die in die Produktionslinie gehören, aber dort vielleicht jetzt keinen Platz haben. Und das, ähm... Macht das Ganze dann natürlich, äh... Recht schick, denn... So habe ich die Möglichkeit, an dieser Stelle, ähm... Verschwendung zu vermeiden. So, ihr seht's. Hier rollt jetzt unser Förderband mit Eisenerz los. Wir brauchen 30 Eisenerz die Minute, um 30 Eisenbarren die Minute zu machen, die hier reinfließen. Hier durchgehen. Und hier jetzt zu... Ah, in einem Verhältnis 3 Eisenbarren zu 2 Eisenplatten. Dann dementsprechend ausgespuckt und eingelagert werden. Das ist der Weg von Satisfactory. So, ähm... Während die hier jetzt fleißig am Machen sind, das lassen wir jetzt mal weiter so tun, gehen wir nochmal wieder zu unserem Miner zurück, der... Da jetzt schon mal ein bisschen Beton gesammelt haben sollte. Und wir werden das so machen, dass wir als ersten... Als erste automatisierte Förderstätte dann auch tatsächlich hier den Kalkstein nehmen werden. Weil... Ähm... Ja, am weitesten weg ist. Und das ist dann halt eben eine Nummer, die möchte ich... Schnellstmöglich automatisiert bekommen. So. Also meine Freunde, da geht's rund. Jetzt öffnen wir den mal. Alles nehmen. Alles nehmen. Ich überlege gerade, habe ich genug Produktion? Ja, wunderbar. Machen wir folgendes. Wir heben den Miner mal auf. So. Und dann gehen wir jetzt hierbei und machen, ähm... Gleich die Produktion für Kalkstein. Und auch hier werde ich nochmal immer wieder Puppe einbauen. Das ist jetzt nicht sehr schön. Das kriegt noch, äh... Dann auf jeden Fall, ähm... Eine... Verbesserung im Design. Nein, das ist jetzt der erste Punkt, um überhaupt erstmal überlebensfähig zu werden. So. Ihr seht's. Man klickt an, man zieht, man bewegt. Man kann die Höhen einstellen und so weiter. Und mir gehen gleich die... Materialien. Ah, verdammt. Wir haben nicht mehr genug Platten. Das ist ja doof. Also... Diese lustige Stimme, die ihr da eben gehört habt, kommt von dem Artefakt, das da oben steht. Ähm... Ein... Ja... Ein noch nicht voll integriertes, ähm... Artefakt in diesem Spiel wird wahrscheinlich mit dem nächsten Early-Access-Update kommen. Ähm... Schauen wir mal, warte mal. Die liegen hier auch noch drin, die können wir auch gleich nochmal mit wegnehmen. So. Machen wir mal folgendes. Ich bereite hier schon mal... Obwohl... Ach was. Komm, 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 komm. Schiwub, schiwub, jala, jala. Ja, wir haben noch keine Zeit. Wir wollen jetzt hier diese erste... Wenn wir hier schön durchlegen, das gefällt mir ganz gut. Die erste Förderung... Ah, warte mal, habe ich noch... Genug? Das könnte ein bisschen eng werden, aber wir versuchen es mal. Das Gute ist, dass wir... Ähm... Strom über sehr große Distanzen legen können. So. Und dann ist dieser Strommast auch komplett belegt. Da müssen wir dann mal gucken, dass wir das ein bisschen... Dann im Zweifelsfall noch nachrüsten. Ich stelle hier jetzt mal einen auf. Ich müsste es nicht. Aber das würde ich an dieser Stelle jetzt tun. Einfach, um sicherzustellen, dass... Ähm... Wir hier... Dann später die Leitung ist zu lang. Okay. Ja, wunderbar. Das sieht ja ganz, ganz schick aus. Scheiße. Ähm... So, hier wird jetzt der Beton gemacht. Jetzt müssen wir gucken. Wir haben relativ wenig... Eisenstangen. Da müssen wir mal gucken. Zum Glück brauchen wir auch nicht so viele. Ich hoffe mal, dass wir es... Gerade so schaffen werden. Es fehlt an Materialien. Ja, das habe ich befürchtet. Okay. Gut. Dann... Lass mal schauen, wie hier derweil unsere Produktion gediehen ist. 59 Platten. Okay. Wir machen mal folgendes. Wir drehen das Rezept mal um, weil Eisenstangen brauchen wir jetzt auch, die eine oder andere. Müssen ja erstmal nicht viele sein. Komm, ich nehme dich direkt mit. Das wird lang. Da kann er jetzt erstmal ein paar dann basteln. Wo ist unsere... Trasse? Die ist hier. Sehr gut. Und man kann auch die Bänder komplett durch die Landschaft legen. Ich zeige euch das. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann. Ich glaube aber nicht. Das sieht ja natürlich scheiße aus. Wie soll es anders sein? Aber... Es geht halt. Und in Gegenden, wo ich sowieso weiß, da komme ich in den nächsten 300 Jahren nicht mehr hin. Mache ich sowas dann in der Regel auch? So. Der muss noch angeschlossen werden. Hier sind jetzt schon Bier. Die nehmen wir hier runter. Und dann kann ich nämlich den Bierten hier mit dran stellen. Der soll produzieren wie Tom. Dafür braucht er drei Kalksteine. Und die kriegt er jetzt ja auch demnächst. Jetzt gucken wir mal. Seht ihr? Da kommt der Kalksteine auch schon lustig angeschippert. Da gibt es dann nachher natürlich wesentlich schnellere, nicht genügend Materialien. Genau. Mir fehlen die Stangen. Davon bin ich ausgegangen. Diese grundsätzlichen Materialien kann ich auch von Hand fertigen. Und meistens ist es in der Startphase tatsächlich auch fast opportun, das zu tun. Weil die Fertigung tatsächlich schneller geht. Aber mir zuzugucken, wie ich eine Taste gedrückt halte, ist glaube ich auch jetzt nicht so klasse. Hier, jetzt müsste man das sehen können, wenn ich den jetzt ganz weit runter ziehe. Ne. Es hält sich tatsächlich immer noch über. Okay. Hier. Ne. Aber es geht grundsätzlich. Also ein Terraforming findet hier auch nicht statt. Aber im Gegensatz zu anderen. Nicht genug Materialien. Wir haben auch noch ein paar Platten. Okay. Mache ich noch Erz? Nein. Doch drei. Dann kann ich euch das mal zeigen. Das müsste eigentlich gehen. Zack. Ihr seht hier Eisenplatten zwei Stück. Ich habe drei Erz. Und wenn ich jetzt halt eben den halte, wunderbar, haben wir noch diese Platten. Und genauso könnte ich aus Eisenerz, könnte ich jetzt Eisenwaren noch machen. Pass auf, wir holen uns mal doch nochmal einen. Zur. So, mal zu zeigen. Die Werkbank hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht. Ne. So, ihr seht es. Jetzt kommen hier die, ähm, entsprechenden Eisenbarren dann bei raus. Machen wir neun. So, dann kann ich die halt eben in Eisenplatten umwandeln. Ist jetzt, es ist sogar relativ zügig, aber wie gesagt, es, es macht nicht so richtig Spaß. So, lass mal gucken. Der tut hier weiter vor sich hin. Das ist in Ordnung. Aber bis wir da bei dem geforderten Wert sind, dauert es jetzt noch ein bisschen. Jetzt knöpere ich deinen da mal ran. So. Und jetzt braucht es hier nur noch einen Container. Für den ich nicht genug Material habe. Also nochmal schnell. Machen wir nochmal neun. Machen wir mal zwölf, ne? Zwölf Bahnen. Ja, das ist gut. Zwölf Bahnen ist gut. So. Wunderbar. Das dürfte mit ein bisschen Glück tatsächlich auch schon reichen. So, das seht ihr. Das Schöne ist, ne? Es ist durchaus uneben, aber das Spiel kompensiert. Das Ganze mit Füßen. Nichtsdestotrotz werden wir beikommen. Und ihr seht's, hier läuft jetzt schon der Beton rein. Werden wir beikommen. Und den ganzen Klumpatsch dann dementsprechend jetzt dann schöner machen. So. Was hier an dieser Stelle wichtig ist. Ihr seht, diese Straße ist noch nicht effizient, ne? Da gehen 30 Erz rein. Und hier werden dann entsprechend 15 Eisensteigen draus. Also, dieses Spiel lebt halt eben davon auch, dass man sich anfängt, das ganze Thema zu Tode zu optimieren. Was nicht unlustig ist. Aber, ähm, jetzt erstmal noch grundsätzlich nicht von Anfang an für mich wichtig. Ich möchte in erster Linie mit euch erstmal hier den Einstieg finden. Und dann werden wir anfangen mit Schönbau und Optimierung in Satisfactory. Äh, äh, was ist denn hier los? Wie kommen die denn da rein? Die da reingetragen? Warte mal. Das ist richtig. Das Erz soll da weg. Ich hab das, ich hab das 8. Ich dussel hab das. Das Erz muss da raus. Ähm, warte mal. Wir machen das mal so. Zack, ich nehm den weg. Und schließt dieses Förderband hier wieder an. Das ist dann wesentlich einfacher und bequemer, eben als das alles da runter zu fischen. Das Erz gehört natürlich hier hin. Lass mal gucken. Wir haben es fast geschafft hier an dieser Stelle. Das ist super. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Strom. So. Wir konsumieren momentan 17 Megawatt. Wir produzieren auch nur diese 17 Megawatt. Und, ähm, haben eine Kapazität von 20 Megawatt. Das heißt, dieser Biomassebrenner ist auch am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Weil, sobald wir hier das nächste Gerät aufbauen, das wäre dann nochmal ein, ähm, Miner, für den wir 10 Platten brauchen. Okay. Das, das können wir ja mal gucken. Pass mal auf. Mach ich euch was? Ah, ich hab genug für die Eisenplatten. Na gut. Ähm, dann, ähm, kommt das ein bisschen später. Aber, ich will jetzt halt eben noch, so, das erste Erzfeld automatisieren, weil ich glaube, das, das schaffen wir noch gut in der Zeit. So, und zwar sammeln wir hier die Miner jetzt auf. Wir haben den Dienst getan. Umsonst sind sie ja nicht, weil um die, die automatisieren, die, äh, großen Minen zu bauen, müssen wir hier jetzt auch einen Miner vorhalten. So, und den drehen wir jetzt mal ganz nonchalant in diese Richtung. Und das reicht nicht. Na, wenn sie das sagt. Sobald wir in der Lage sind, da Rampen hochzubauen, das wird jetzt durch den Basisaufbau, wird das möglich, ähm, werden wir dann dieses Artefaktor. Artefaktor runterfischen, weil das blubbert uns dann irgendwann die ganze Zeit ins Gehör. Das nervt. Den stellen wir hier hin. Dann können wir gleich alle drei damit belegen. Okay. Und jetzt ist das passiert, was ich euch gesagt habe. Wir haben jetzt zu viel Strom auf der Sicherung. Ja, das, das ist, das ist dann die Folge. Da vorne, ihr könnt das sehen, zack, ähm, maximaler, maximaler Konsum, 22 Megawatt. Das funktioniert natürlich nicht, weil diese Dinger haben nur 20 Megawatt. Also, was machen wir? Wir stellen hier jetzt erstmal noch einen, ähm, Strommast hin. Ich hole den darunter. So. Ähm, und schließe jetzt beide daran an. Also man kann, wenn man möchte, und ich bin ehrlich gesagt auch so faul, das Ganze über einen einzelnen Stromkreis abwickeln. Ähm, hat einfach den Vorteil, also das, was hier an Strom produziert, steht dann auch überall zur Verfügung. Ich mache eine Ausnahme, die werden wir aber in einer der nächsten Folgen kennenlernen. Und, ähm, dann, ähm, seht ihr gleich die Magic. Ach so, warte mal. Nein, ist egal. Ähm. So, wir gehen hier hin. Zack und... So, 22 Megawatt werden abgefordert und wir haben jetzt eine Kapazität. Kapazität, rund 40 und die Show rollt wieder. Wunderbar. Und jetzt wollen wir hier mal hingehen und... Na, schaffe es noch? Nee, schaffen wir nicht. Ihr seht's hier, zack, jetzt ist er zu lang. Also, stellen wir es da auf. Da seht ihr, jetzt wächst es rein, ne? Seht ihr das? Deswegen stelle ich ihn jetzt hier hin. Und wir brauchen noch ein paar Platten. Lass mal gucken, wo stehen wir? 121, super. Ähm, das ist genau das, was wir brauchen. Also bitte umstellen auf die Platten. Cool. Die können wir gleich mal da rausnehmen. Und zahlen sie in unser aktuelles Projekt ein. So. Außerdem gucken wir mal, wie viel Beton wir schon haben. Und bis dahin sollte ich genug Platten haben. Jupp, 108. Das ist gut. Muss andere Projekt fertig zu machen. Äh, 108 ist nicht genug, du Depp. Auch ein 208. Schläfst du, oder was? So. Gucken wir mal, ob das langt. Ja. good. Und, was er ist? wie bestellt so super jetzt haben wir eine kontinuierliche förderung die uns eine erste produktion ermöglicht das ist super gefällt mir sehr gut und wisst ihr was so viel zeit haben wir noch wir fertigen jetzt noch mal einen augenblick von hand und dann erzähle ich euch eben mal kurz was wir jetzt dann so in den nächsten schritten halt eben noch tun können ich sammle erst mal dieses artefakt weg wir werden uns die doch in ruhe angucken damit uns das nicht dauert dazwischen quatscht ist das schon in ordnung und wir werden aufs wasser hinausgehen im westen ist die karte fast zu ende aber da ist halt eben noch entsprechend wasser und der vorteil dieser wasserfläche ist dass wir dort uns ungestört ausbreiten können während wir die wüste mit ihrem großen platz dafür benutzen dort ich nenne es jetzt mal so logistischen gleichrichter zu bauen der uns die zulieferung der einzelnen materialien die wir brauchen dann schön vereinfacht hinstellt ja also das wird dann an der stelle doch ganz schick so jetzt gucken wir mal jetzt können wir schon 100 wunderbar gleich umschwenken hier da können wir jetzt die platten dann mit machen und beton sehe ich können wir auch genug umwandeln dann kommen wir da doch zum ziel können wir das auf jeden fall uns noch anschauen bevor die folge dann durch ist normalerweise bin ich tatsächlich relativ lange noch automatisiert nicht automatisiert unterwegs weil das zügiger geht als die produktion über die förderbänder am anfang dass der vorteil dieser anderen art weise ist natürlich dann das ganze an attended zu machen ist ja logisch während man sich um andere dinge kümmert kann man dann halt eben hier automatisch die graben durchrattern lassen das wird nachher immer schneller beziehungsweise braucht nachher auch immer mehr aber es ist dann auf jeden fall mittelfristig immer die bessere wahl keine frage aber für den aktuellen schritt können wir es jetzt erst mal so lassen und haben dann aber auch gleich noch am ende genug produktionsmaterial um dort dann weiter voranzukommen und die nächsten themen dann anzugehen ich habe mich an den tiers wie gesagt halt eben lang weil der aufbau ist recht gut manchmal lohnt es sich dann doch vielleicht noch mal nach vorne zu springen oder was anderes einfach liegen zu lassen aber das meiste ist tatsächlich sehr sinnvoll und stringent aufgebaut und das hilft dann so das ist genug gehen wir jetzt hier hin an den hub terminal schmeißen einmal die 100 platten hin und die 200 beton und jetzt starten wir den da geht er hin so ihr könnt es umsehen in einer minute 38 ist er wieder zurück dann können wir den nächsten schritt in der produktion quasi dann schon abgeben wenn wir genug materialien hätten ich guck mal logistik einer mit der wichtigsten geschichten die wir haben sind förderbarn zusammenführer förderbarn fusionato heißt es auf deutsch das heißt splitter und merger im englischen splitter haben sie belassen fusionato naja ok lassen wir das und auch der förderlift um dinge in der horizontal nicht nur in der horizontal sondern auch der vertikalen zu bewegen machen da absolut sinn und auch hier ein productivity display so dass wir sagen können okay wir können die effizienz der einzelnen gebäude ablesen und das ist eine gute sache danach kommt dann die feldforschung da seht ihr da brauchen wir dann schon kupfer beziehungsweise erweiterte eisen gegenstände hier seht ihr das schrauben stellt man nämlich aus eisen steben eher so und dann rufen wir hier nochmal rein da gibt es dann die nächsten sachen die dann langsam aber sich interessant werden mit den rotoren und so weiter und so weiter beziehungsweise das ist auch ein ganz ganz wichtiges stück forschung aber da werden wir in der nächsten folge da kommt er wieder wunderbar und ihr könnt jetzt sehen wir haben jetzt halt eben hier wir haben wände die wir bauen können wir können fundamente bauen wir haben diese rampen ja und damit haben wir dann alles das was ist denn das leben so leichter machen kann aber noch was neues das sind die dinge dankeschön so damit haben wir dann hier auch auf jeden fall die möglichkeit weiter zu arbeiten da sind schon wieder fast 100 stück drin das ist doch super und auch da liegen schon wieder 100 das stellen wir noch mal um auf eisenstein auf eisenstein sehr gut arbeitsunfälle passieren so das heißt wir nehmen uns unser nächstes stückchen forschung vor das ist der nächste meilenstein das heißt 150 platten 150 stäbe 300 kupferdraht und kupfer haben wir ja noch nicht erschlossen aber wie ihr sehen könnt haben wir gar nicht so weit weg dort auch zwei kupfer vorkommen die werden wir beim nächsten mal dann erschließen und in diesem sinne möchte ich mich jetzt von euch verabschieden vielen dank fürs zusehen wir sehen uns in der nächsten folge macht's gut bis dann ich bin raus